moin moin und herzlich willkommen zurück zu the elder scrolls arena wir müssen irgendwie den weg wieder zurück finden das heißt wir müssten einmal komm wir gehen hier so nach süden durch bis hier hin dann haben wir hier den fluss oder diesen ich sag mal fluss hier dann nach osten und dann nach norden durch bis zu der brücke und dann nach norden durch das heißt wir können den hier auch wieder verwenden und schnell versuchen wir mal durch zu rösen nein toll so nein free action ist mir egal was der will wir gehen hier durch so jetzt schnell wieder healing 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 und shock resistant das sind mir geradezu viele so okay wo sind wir jetzt wir sind zu weit hier hat man durch gemusst und dann geradeaus durch da müsste irgendwo dann wasser sein genau hier die brücke ja du mich auch so dann genau hier jetzt erstmal ganz weit richtung norden und dann richtung osten bis zur brücke bis zu der zweiten brücke wir müssen unsere ausrüstung wieder auf vordermann bringen nicht dass wir hier drauf gehen weil wir einfach kein shielding mehr haben keine heiltränke kein heal of true und jetzt hängen wir hier fest so dann müsste jetzt gleich da die zweite brücke sein ist das die jetzt schon ja hier sind wir richtig also jetzt straight bis nach norden durch ne ich habe für euch keine zeit ganz schnell hier wieder healing 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 und fire resistance und nochmal healing und dann nochmal richtung norden durch die ratten sind da also wir sind schon am ausgang warte wir müssen einmal ein save game hier machen bevor wir abhauen für den fall sollten wir drauf gehen auf dem weg hier weg so da wollen wir hin einen tag wird das dauern ja wollen wir riskieren und wir leben aber es mitten in der nacht okay jetzt erst mal okay so okay ich bin doch schon in morrowind und auf der suche nach der uhr aber ja trotzdem danke für die info da haben wir eine taverne gut da können wir eben kurz zeitig mal pennen was sagten die uhr ist 8 uhr abends also 9 uhr abends schon gleich so single eine nacht ja wir haben es 9 uhr das heißt 11 und dann wieder raus hier da können wir die sachen hier verkaufen die wir haben wie geil mit dem vulkan dahinten aber perfekt dass die auch direkt hier sind die läden so was sagt der was wie viel klinge für die ganzen sachen wo haben wir hier den 30.000 gold ja ja so dann den noch 300 aber klinge dafür auch 300 für den kriegen wir 1500 So, Plattenhelm, 135, ok, hat ihn mehr erhofft, hier der Plattenhelm, 210, dann hier den Longsword, 573, ja, geht auch in Ordnung, dann hier, warte, hier, jetzt der Markt mit 918, geht auch auf jeden Fall, ich finde das klasse, wie viel man eigentlich hier Geld verdienen kann, so, mehrere tausend, oder mehrere hundert, so, dann den, ja, aber wir haben zumindest das jetzt genug, um alles einmal reparieren, und nochmal ein paar Heildränke und so weiter zu kaufen, so, hier Bracelets, wow, ja, damit komme ich klar, so, hier hat die Bells, boah, 2900 dafür, nice, ne, das ist nicht unser, ich war jetzt am überlegen, ist das so und das, also, dann können wir jetzt reparieren, wir haben jetzt alles verkauft, so, der braucht nicht, ok, dann den, ja, add drop, also damit, der braucht nicht, ok, aber der muss bestimmt, ne, auch nicht, 2400, ok, so, die auf jeden Fall, dann den Helm, ok, der braucht nicht, powershield, nur, der muss auf jeden Fall, so, katana, der auf, ah, der hat schon genutzt, ok, dann gehen wir mal zum nächsten, da müssen auch noch ein bisschen was reparieren, den markieren wir uns mal so, mal schauen, hat er hier auf der Rückseite auch noch mal, ja, hier hat er auch noch mal einen, nice, dann gehen wir hier auch noch mal reparieren, so, repair, wo wange stehen geblieben, hier glaube ich, ah, der braucht nicht, mark of free action, ja, so, dann noch einen hinzufügen, frist of paralyzation, genau, dann, brace of you true, der auf jeden Fall, und ring of shielding, so, avenue bracelet, gut, der braucht nicht, belt of agility, auch nicht perfekt, auch nicht, äh, dann den amulett, haben wir noch irgendwas, nö, jo, ok, wird jetzt alles repariert, so, den markieren wir uns auch noch, das heißt, die sind beide hier, so, wo hatten wir die Taverne gehabt, wo wir gepennt hatten, irgendwo hier, hier, dann markieren wir den auch noch, dass wir dann hierhin pennen gehen, Silver Giants, ja, ok, das ist super, und dann müssen wir zur Magier-Gilde, so, where is the Magier's Guide, so, west, gut, wir gucken schon mal in die richtige Richtung, dann suchen wir die Mar, dann stocken wir mal unsere Tränke wieder auf, da haben wir sie sogar, ach, erstmal im Tempel hier uns heilen, so, wo ist denn der Eingang von dem Tempel, wir sind ja immer noch diseased, deswegen, können wir nicht einfach so aussitzen, dann müssen wir uns wirklich schon heilen, so, werter Mönch, kannst du mich cure? genau, diseased, 800, geht in Ordnung, wir haben ja jetzt wieder genug Geld, also, durch ein eben erzählen, feiere ich auch ein bisschen, so, ich trinke jetzt eben nochmal, so, jetzt ruckelt's, ähm, ach, da war die, da war die Magier-Gilde, so, komm rein da, ja, so, was hast du da so im Angebot an Potions, so, Healing brauchen wir auf jeden Fall, wie viel haben wir? Bevor wir einfach wahllos kaufen, erstmal schauen, Healing haben wir 24, also 76 brauchen wir, davon 8, dann würde ich sagen, davon kaufen wir nochmal 16 und davon 20, müssen wir aber einzeln nochmal nachgucken, dass wir auch nicht vergessen, welches, äh, wir hier jetzt kaufen, so, Stamina wollten wir nochmal, oder komm, wir sagen 18, ja, dann, von Healing brauchen wir, ja, wie viel waren das, wie viel hatten wir 24, hatten wir, dann brauchen wir 76, ja, wie viel haben wir jetzt davon bezahlt, habe ich jetzt nicht gesehen, wie viel wir dafür bezahlt hatten, äh, auch hier, darum, resist fire, wollten wir, wie viel haben wir, jetzt habe ich wieder vergessen, so, nochmal gucken, ah, hier haben wir jetzt passend, hier wollten wir resist fire, wollten wir 16 machen und shock 20, Das ist schock, dieses Schock wollten wir 15 ja was hat er noch zu an Potions Invisibility 250 also Unsichtbarkeit Purification, was ist das? aber Invisibility würde ich sagen, vielleicht kaufen wir uns da 4 Stück von 1000 Gold, ja geht in Ordnung dann können wir uns 4 mal unsichtbar machen zur Not können wir gleich eigentlich auch mal ausprobieren ich glaube North East war das wo wir jetzt hin müssen oder? oder wo waren wo waren unsere ja hier im Nordosten gut dann machen wir uns da mal auf den Weg legen wir uns pennen und diesen Unsichtbarkeitstrunk können wir dann mal im nächsten also in dem Dungeon, wo wir gleich wieder zurückgehen mal ausprobieren so wo wollten wir hier pennen wo waren das nochmal ich bin komplett falsch wo war jetzt die Taviana ich glaube der war ja hier ich glaube der war ja hier links genau dann müsste die jetzt hier irgendwo gewesen sein genau genau hier haben wir sie dann pennen wir nochmal 10 Tage durch ach so ja dann machen wir hier 24 können wir nicht bleiben noch okay so dann nochmal wo ist denn der Barkeeper da nochmal 10 Tage machen wir get a rule Single 10 Tage 100 Gold ja was sagt die Uhr er passt dann würde ich sagen jetzt nochmal genau Camper 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 7 7 6 6 6 10 10 10 10 Nachts. Äh. So, noch mal zwölf Tage verschwendet gehabt hier. So, dann erst hier rein. Sachen abholen. So, Repair. Ah, Kratos. Ja. So, müsste aber mittlerweile alles fertig sein. So, hier rein. Ja, komm, ich will da noch rein. Und hier auch nochmal Repair. So, muss man alles wieder mitnehmen. Boah, fast hätte ich wieder auf Steel gedrückt. Ich weiß noch vor einigen Folgen, da hatte ich auch aus Versehen auf Steel gedrückt gehabt, obwohl ich nicht wusste, wie das passieren konnte. Aber das war dann auf einmal trotzdem automatisch ein Fehlschlag. Und sofort kam die Waffe hier rein. Hier muss ich jetzt nochmal alles ausrüsten. und da war es noch nicht. So. Nein. Oh, komm. So, Mark of Free Action brauchen wir wieder. So, dann würde ich sagen, hier mache ich nochmal ein kleines Save Game auf die 4. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich mache nochmal ein kleines, kurzes Päuschen, bevor wir gleich weiter aufnehmen. Bis gleich. So, und dann bin ich auch wieder da. Und für uns heißt das jetzt, wir gehen nochmal zurück ins Blackgate. Einen Tag, genau. Dann reisen wir mal dahin. Boah, ich denke, ich werde das Game vielleicht sogar heute schon durch haben. Ich würde sagen, wir probieren jetzt schon mal dieses Unsichtbarkeit aus. Die sehen uns alle nicht. Nice. Boah, ist das nice. Die sehen uns alle nicht. Boah, wie geil ist das. Okay, die schon. Hier, Shielding. Heal of True. Resist Fire bei denen brauchen wir nochmal. Heal True. Genau, wir müssen hier, hier lang. Und, ah. Und hier jetzt wieder die Dinger. So, wo müssen wir nochmal hin? Genau, über die Brücke und dann Richtung Süden. Und dann bis zu, war das bis zu dem hier? Ja, war bis zu dem. Hier so rein, da runter, hier rein und dann da hoch. So, an dem noch vorbei, genau. Hier hängen wir leider ein bisschen. Und dann hier rein und dann schauen wir mal, wo nochmal der Eingang war. Genau hier. Ups. Wir probieren noch einmal Invisibility aus. Boah, ich liebe diesen unsichtbar... Oh, meine Waffe ist nicht ausgerüstet. Okay, die Geister können uns sehen. Da macht es keinen Unterschied. Genau, hier rein, geradeaus durch und dann Richtung Süden, oder? War das richtig? Nein, nicht Richtung Süden, Richtung Norden. Das labere ich da. Hier geradeaus durch. Nochmal Shielding. Heal of True. Und noch einmal. Wo waren die Tür? Hä? Hier war doch die Tür. Irgendwo. Hier war es so. Ähm, hier machen wir nochmal Invisibility. In der Hoffnung, dass die mit Dusen uns nicht sehen. Und? Ops. Ne, hier war es falsch. Oh, genau. Ah. Hier müssen wir dran vorbei. Oh, der hat uns nicht gesehen. Boah, ich feier das. Den Unsichtbarkeitstrunk. So, dann werden wir wieder hier. Genau, hier. Tür wichtig, Tür wichtig, Tür wichtig. Dann wollen wir hier mal trotzdem weiter rechts gucken, weil wir hier noch nicht alles erkundet hatten. Die Geister sehen uns auf jeden Fall noch. So, nochmal den. Heal of True. Und Shielding aktivieren. Okay, ich finde es interessant, wie die da stehen. Sogar mit dem Rücken zu uns. Das ist auch mal interessant, es so zu sehen. Ah, okay. Hier waren wir schon alles. Hier waren wir noch gar nicht. Das heißt, nochmal hier zurück zum Wasser und dann versuchen wir mal Richtung Norden. So. Hier ist dort Wasser und dann hier Richtung Norden. Ah, wir müssen erstmal wieder schwimmen. Dann würde ich sagen, hier machen wir einen kleinen Cut. Mache ich nochmal ein Savegame auf die 4. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. заключ. Musik. 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 Music. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020